Musik Ich muss sagen, ich bin hier reingekommen. Ich war erst einmal extrem beeindruckt. Alleine von der Location schon, ich bin reingekommen. Das war so ein richtiger Wow-Effekt. Ja, das ist natürlich mittlerweile relativ groß geworden. Das waren, glaube ich, um die 80 Verkoste dieses Mal über zwei Tage. Ich denke auch, dass dieser Award für die Brauer, die Brauereien, die hier gewinnen, eine ganz, ganz tolle Auszeichnung ist, weil das Bewertungssystem, wie hier gearbeitet wird, nicht zu viele Biere auszeichnet. Die zeichnen die Biere aus, die wirklich hervorragend sind, qualitativ perfekt sind. Und da, wenn man eine Silbermedaille, eine Goldmedaille oder eine Platinmedaille gewinnt, das ist schon eine absolut tolle Sache für eine Brauerei. Der Unterschied zu anderen Beer Awards bei uns ist der, es werden die Biere einzeln betrachtet. Wir machen also keine vergleichende Verkostung, sondern die Biere wird jedes für sich, wird beschrieben und beurteilt. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.